Mein Name ist Richard Goldz. Ich arbeite bei der Hager Unternehmensberatung seit 2018 und ich leite die Business Unit Sports. Wir haben uns mit Hager und der Business Unit Sports in relativ kurzer Zeit schon einen guten Namen gemacht. Der Schritt vom Fußball zur Personalberatung ist eigentlich gar nicht so groß, wie man im ersten Moment denkt. Ich habe als Trainer auch schon viele Spieler entwickelt, weiterentwickelt und darum geht es ja auch in der Personalberatung. Die Weichen zu stellen für die Karriere nach der Karriere kann man nicht früh genug. Man kann jeden Tag nutzen, neben dem Training oder dem Wettkampf intensiv daran zu arbeiten. Gerade in den Ruhephasen, die man hat, kann man Kontakte knüpfen, das Netzwerk erweitern. Meine Kunden stehen vor der großen Herausforderung, oftmals ein Zeitproblem zu haben. Positionen sollen am liebsten gestern besetzt werden. Und dann ist es oftmals auch einfach so, dass eine gewisse Diskretion von Nöten ist. Sensible Positionen kann man nicht öffentlich ausschreiben. Außerhalb der Personalberatung sieht mein Leben nach wie vor so aus, dass ich viel Sport treibe, weil ich einfach davon überzeugt bin, dass ein gesunder Geist in einem gesunden Körper wohnt. Ich bin fest davon überzeugt, dass jeder Mensch mit den anderen so umgehen sollte, wie auch gerne selber behandelt werden möchte.